Willkommen bei profischnapp.de hier im Showroom in Empfingen. Ich habe heute wieder ein besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar die Garnitur 11950 Matrix von Willi Schillig als vierteilige Ecke in Leder Longlife Z6014 Rosso. Ein Ausstellungsstück. Diese Garnitur stand also irgendwo in der Ausstellung und wurde den Kunden gezeigt. Wir haben sie untersucht. Wir haben keine Fehler gefunden. Die Gruppe sieht top aus. Was gibt es hier zu sagen? Sie haben viel Platz auf der Gruppe. Logo. Sie haben hier dieses winkelige Abschlussteil, welches zum gemütlichen Liegen einlädt. Aber auch natürlich in dieser Ecke können Sie wunderbar liegen. Es gibt noch eine Kopfstütze dazu. Die hängt da drüben. Die kann man zusätzlich erwerben. Sie haben Federkern im Sitz, wie oftmals bei Willi Schillig. Sie haben also einen richtig ergonomischen Sitzkomfort. Sitz nicht zu tief, sodass man wirklich sitzen kann. Also diese Gruppe ist was für Leute, die gerne gut sitzen. Nicht lümmeln. Lümmeln kann man zwar auch, aber es ist nicht so weich und kuschelig wie andere Gruppen. Es ist eher fest. Und Sie brauchen davor stehend links, also diese Seite, wo ich jetzt sitze, 2,60 Meter. Davor stehend rechts 3,05 Meter. Also eine kompakte Ecke mit viel Platz für eine Familie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sitze, locker. Und das allerbeste zum Schluss, der Preis. 2.222 Euro Abholpreis ab. Hier Empfingen, 199 Euro Lieferung. Matrix von Willi Schillig als vierteilige Ecke. Ich lege Ihnen diese Gruppe ans Herz. Schnappen Sie. Zu gut. Dankeschön. Und tschüss.